Also wir stehen hier vor der St. Elisabeth-Kirche am Innrad. Diese Kirche wird umgebaut zu einer Grabeskirche. Wir sind seit vier Jahren in diesem Projekt unterwegs und jetzt nähert sich die Eröffnung dieser Grabeskirche. Hier ist in Zukunft die Gelegenheit, dass Menschen ihre Verstorbenen in Urnen beisetzen können, damit sie einen Ort haben, wo sie trauern können. Und in dieser Kirche gibt es zwei Teile. Die Stufenanlage markiert die Grenze zwischen dem Friedhofsbereich und dem Gottesdienstbereich. Die 1300 Urnen werden also hier in dieser Kirche untergebracht. Einmal in den Seitennischen, wo es dann Gräber bis zu einer Höhe von 2,40 Meter gibt. Und hier im inneren Teil der Kirche gibt es vier große Blöcke, die wie Sarkophage aussehen. In diese Blöcke kommen dann auch Urnen hinein. Auf der einen Seite Doppelgräber, auf der anderen Seite Einzelgräber. Und oben auf diesen Blöcken drauf wird eine Abstellmöglichkeit für Grablichter geschaffen. Etwas, was ganz viele Menschen ja immer tun, wenn sie zu einem Grab gehen, dass sie ein Erinnerungslicht aufstellen wollen. Und das ist hier in diesem Mittelbereich möglich. Wir sind jetzt hier auf dem Kapuzinerfriedhof. Hier sind Kapuziner des Klosters bestattet. Später wird hier auch die letzte Ruhestätte für alle sein. Wenn die Ruhezeit in der Kirche abgelaufen ist, werden die Urnen hierher übertragen. und das ist hier in der Kirche abgelaufen. Vielen Dank.